Gewehrfabrikation in Steyr, einer der ältesten Waffenschmieden Europas. Auf sogenannten Kopierfräsen erhalten die Schäfte ihre Form. Besonders sorgfältig wird die Aussparung des Schaftes für Lauf, Verschluss, Lademechanismus und Abzug vorgenommen. Alles muss auf den Millimeter genau stimmen. Auf dieser Maschine werden die Läufe gezogen. Das Richten des Laufes erfordert allerhöchste Präzision. Diese Facharbeiter können selbst Abweichungen von Bruchteilen eines Millimeters mit bloßem Auge genau erkennen. Prüfung von Korn. Und Kimme. Von der exakten Durchführung dieser Arbeit hängt später die Zielgenauigkeit der Waffe ab. Zusammenbau der Gewehre. Fertig für den Abtransport. Jedes einzelne Gewehr stellt ein Präzisionswerk deutscher Arbeit. Хörner ugly olden PSG war eine gute Paste. In Berlin 2153. Vielen Dank.